Brüder Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen und am Werden tausend Mädchen wach, ich weiss, so schnell kann kein Lieber vergehen, die so groß ist und so wunderbar, wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist doch meins. Du bist nicht fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins und da. Wenn ich es auf Deutsch mache, geht das dann auch? Wenn Sie entlang dem Rhein, die Niederlande hineinkommen, die erste große Stadt, die Sie begegnen, ist Nindegen. Und damit haben Sie, ich möchte nicht zu Nacht noch zu Saarburg oder Rotterdam, gleich den Höhepunkt Ihren Besuch gehabt. Wir sind deswegen, wie hergekommen sind, wir sind Europäer, wir sind aus fünf Nationen, wir sind die Schweizer, wir sind die Franzosen, die Luxemburger, die Deutschen und die Niederländer. Als wir den Jakobsweg hinter uns gebracht hatten, habe ich mir Gedanken gemacht, wo fährt man das nächste Mal hin, das war 012. Und ich denke, Holland war fest in meinen Sinnen und ich hatte auch Rotterdam fest im Auge. Und so ist dann halt die Tour entstanden, Basel und Nindegen, Dreh, jawohl. Und Nindegen ist natürlich die Stadt in der Mitte von, Sie haben zu treffen, Leverkusen. Ich bin Lange, Herr Wigman, ich bin Rappers-UMC und ich will sprechen über ein Projekt, das Rd5000-Projekt heißt. Um eine effiziente genetische Analyse für Patienten mit retinolistrophys zu entwickeln. Wie ich gerade gesagt habe, mehr als noch... Die Patientengruppe, Retina, von der neue, muss ich sagen, neue Verein, Hochvereniging Nederland. Das ist eine Verzammlung von verschiedenen Gruppen von Patienten mit Augen. Das schaib2-Dass, der chor ich runs. Das ist schön. Ja, das�� kommt los. Her." Ja, ich denke da ist sowas. Eine Reportage für Holland, ein kleines Objekt. Das, was wir denken von den Deutschen, das stimmt. Das Bier ist da. Wir sind die Lustigeren. Ja, das ist gut. Bravo! Bravo! Success, guys! Hoi! Success! Hoi! Success! Hoi! Success! Viel Spaß! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Viel Spaß! Tschüss! Tschüss! Musik 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 Gedan 見 Musik Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind und Sie sehen die Begeisterung unserer Teilnehmer ist groß. Also Ihnen Dankeschön. Ich darf das gehören und noch gute Fragen, ein Frohterdamm. Ja! 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 Wir spaß nicht. Ja! 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 Bravo! Hey! 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 Bravo! Bravo! Hey, bravo! Wuh! 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 Jeder Mensch hat persönliche Talente, Begabung und Fähigkeiten. Das trifft auch auf Menschen mit Behinderung. Für mich lautet das Motto, jeder soll dabei sein und mitmachen können. Die Euro Tandem Tour ist ein gutes Beispiel dafür. Und aus diesem Grunde finde ich es toll, dass Sie in Rotterdam jetzt gerade über die Zielgerade gefahren sind. Nichtbehinderte und behinderte Sportler, die die selbe Leidenschaft teilen und miteinander genießen, das ist wirklich sehr schön. Fisio ist ein Expertisezentrum für sehbehinderte und blinde Menschen. Wenn Sie eine Sehbehinderung haben, hat dies Auswirkungen auf alle Aspekte Ihres Lebens. Ob es nun um Surfen im Internet, Reisen mit dem Zug, Einkaufen, Frisieren, ein Bezug an der Kneipe, Laufen oder Raakfahren geht, über 350.000 Menschen in den Niederlanden tun dies aber haben dabei Probleme. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.